Bei ihr? Auch Zeit für die Arbeit. Ah, das ist schon mal gut. Oh, oh. Oh, sehr unwohl. Du kannst dich mal mit, äh, über Interessen reden. So, stopp, 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 bevor ja gleich alle ausflippen. Du musst auf Toilette, ja. Ähm, du hast mit der Hygiene, ich weiß. Du kochst jetzt aber. Rührei-Familienportion. So. Du kannst dir das hier nehmen. Säubern. Und dann verwenden. Oh, er hat Hunger, aber gute Meide ist ja, äh, gute Meide, gute Fee ist ja dran. Und kocht. Sie wird ja die einzige im Haushalt sein, die wirklich, äh, kochen kann. Boah, prügelt die da in die Falle, auf die Falle eine? Hammerhart. So. Zum Essen rufen. So, und danach nimmst du dir bitte ein, äh, Schaumbad. So, danach müsste es Belial auch wieder besser gehen. Ja, die haben alle, äh, ähm, Probleme. Wie steht er denn zu, äh, unserem Blümchenpflücker? Auch nicht gut, aber wir müssen mit ihm... Das machen wir mal kurz auf Pause. Wir brauchen bei ihm Schelmfähigkeit. Ist das Schelm oder das? Getränke werfen. Ja, machen wir mal. Aber wo haben wir das denn mit Schelmisch? Ist das Schelmisch? Ich weiß es nicht. Oh, alle sind so, ähm... Ah, warte mal. Klicke auf einen Sim und wähle eine Sozialaktion aus der Kategorie Unfug. Unfug. Handschock hereinlegen. Erschrecken. Erschrecken. Grimbo, Situba. Huh? Kofa? Huh? Where is it? Mel? I'm going shee. Skiba Daesh Branka. Quex Harfin. Scharf, now Beasy. Bekofa and Tree. Obisha. Creep Bono. Polina or Bees. Good day. Der ist noch dran. Wie lange braucht der denn noch? A door. Ah. Okay, dann sind wir noch mehr, äh, Schelmisch. Zorbitay. Zorg, Senni. Malar, Snoochi. Kungen. Potenziell unbehagliche Konversation. Maide bemerkt, dass der nächste Kunde in der Shatch-Schleife eine ehemalige Flamme von ihm ist. Und die Sache ist damals nicht gut gelaufen. Die anderen Agenten sind beschäftigt. Soll er den Shatch starten oder so tun? Als hätte er nichts bemerkt. Ja. So, wenn sie danach, äh, duschen war, äh, baden war. So, stopp. Schmutzige Umgebung. Ja, da kann ich jetzt aber nichts dran ändern. So, Billy. Was braucht man denn noch? Wie weit sind wir denn bei der Schelmisch? Ah, da braucht man noch ein bisschen, weil wir müssen ja mal aufsteigen. Unfug. Erschrecken. Unfug. Nochmal Handschocker. Unfug. Das. Wer ist das denn? Leo Jakob, okay. So, jetzt gehen wir noch mal hier. Boah, der muss auch gleich mal, äh... Oh, Shem, da braucht man nicht mehr so viel. Perfekt. Da machen wir noch mal ein bisschen. Gucken, ob das reicht. So, und du... Alles wegwerfen, aufwischen. Und du nimmst danach ein Schaumbad. Jawohl. Das heißt, das nächste Mal... ...haben wir dann... ...gemeine Interaktionen. Ne, das machst du jetzt erstmal nicht. Du räumst jetzt hier mal auf. Stopp. Eingehender Anruf Alexa Sommer möchte vorbeikommen. Nein. Gibt jetzt keine Alexa Sommer. Gut, seine Hygiene ist jetzt auch schon viel besser. Aber er muss noch ein bisschen gemein sein. Aber das Problem ist, Igor Blutschink... ...ist, äh... Nicht da. Nicht da. So. Gemeine Interaktion. Das müssen wir nämlich auch noch erfüllen. Gemein. Gemein. Immer nur noch 75%. Was soll das? Ja, dann kannst du das hier auch aufwischen. Anschließend. Nein, nicht sofort. Die Blase ist da noch immer noch nicht richtig. Stopp. Okay, der hat seine Hygiene. Die beiden können noch mal so ein bisschen romantisch werden. Bitten... Ne, das machen wir noch nicht. Ähm, romantisch. Die beiden... Das kremen wir ja sowieso nicht mehr weg. So, dann machen wir hier. So, Belial. Duschen. Oh, das macht er sogar jetzt automatisch. Nimm doch mal den Schrubber aus der Hand. So, und du... ...bist wütend, ja. Patrick Brandenburg. Jäten. Bewässern. Und danach gehst du bitte angeln. So, und unser Beli. Oh, noch zwei Stunden, da muss er zur Arbeit. Was können wir denn noch mit ihm machen? Was hat der denn? Der hat noch Hunger. Haben wir denn noch irgendwas Leckeres drin? Och ja, dann nimm dir mal einen Orangensaft. Ja. Ähm. Sonst haben wir weiter nichts drin. Ah, dann kann er auch mal ein bisschen... ...entschuldig. Fernsehen gucken. Dann guckst du dir bitte mal einen Action-Kanal an. Boah, alle, leg doch mal deinen scheiß Schrubber hier aufseite, hier. whoever он guckt. Hие sie, ihr ebt. Boah, alle, leg essas Ballons knen. with Arbon-Azanko Knacka zu DA. Ichi. FUNNY! Wow, he dieses Ballon. Loliklooma? Bepso Pherma Garz. Grenneia Bepote Pelka Gut, dann gehst du jetzt mal auf Toilette. Spül. Boah, leg doch mal dein... So, du hast Hunger. Oh, oh. Gegen Mülleimer treten. Das geht leider nicht. Kochen. Du machst dir bitte... einen Grillkäse, Einzelportion. Boah, Mädel, leg doch mal deinen scheiß Besen aus der Hand. Das ist irgendwie gerade ein Bug, kann das sein? Das kann nur ein Bug sein. Mal gucken, vielleicht können wir hier draußen auch mal einen anpöbeln. Schauen wir mal, was macht er denn? Er ist am Angeln. Oh. Du musst zur Arbeit. Igor Blutschink ist zu Hause. Dem seine Hygiene ist scheiße, deswegen nimmt er auch gleich ein Schaumbad. Und sie ist okay. Sie kann mal hier ein Nickerchen machen. So, 847 haben wir. Das heißt, wir können uns gleich mal ein PC leisten. So, du. Ja, umarmen kannst du machen. Wange küssen. Und ich möchte eigentlich ganz gerne mit dir tanzen. So, weit ist mit Bailey. Der muss jetzt gleich zur Arbeit, ne? Ja, nicht gleich. Jetzt. Der will ins Bett. Okay. Sie ist im Bett. So. So. So.